Hallo! Viele deutsche Männer haben kurzes Haar. Mein Haar ist ein bisschen länger. Wir Deutschen sind bekannt für seltsame Frisuren. Ein Beispiel ist Albert Einstein, der berühmte Physiker. Einstein hatte immer sehr zerzauste Haare, sehr chaotisch. Kennst du das berühmte Foto, wo er die Zunge rausstreckt? Das ist die Zunge. Und Albert Einstein machte so. Aber wir sehen uns auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020